Hallo du, hallo Annabelle, wir müssen wieder weiterbauen, das dauert so, so lang. So, wir wollen ihr Datsdar geben. Dann geht sie uns wieder den ganzen Tag auf die Nerven. So, heutiger Item, was ich euch erzählen möchte, ist, schaut mal da unten, die Blümchen. Ich habe sie jetzt nur gefunden, die Regenblumen, die braucht ihr nämlich, um, wenn ihr, entweder ihr kriegt die geschenkt oder, ich weiß gar nicht, wo die eigentlich zu finden sind. Aber ihr braucht sie auf jeden Fall für verschiedene Rezepte hier. Und man kann sie tatsächlich im Kirchenladen kaufen und dann hier anpflanzen. Das ist momentan der einzige, ich weiß nicht, ob man sie irgendwo finden kann. Wenn ja, schreibt es bitte mal in den Kommentaren, damit wir das auch nochmal haben. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, wo man sie kriegen kann, außer als Geschenk oder so. Und, ja, aber wenn man sie braucht, kann man ja nicht warten, bis irgendein Dorfbewohner einem was schenkt. Ja. Ich bin so froh, dich zu sehen und gleich geht er weiter. Sam, nein, Sam. Hey. Jetzt cool geben. Leute. Haben wir eigentlich das von gestern gemacht? Haben wir gestern überhaupt eine Quest gemacht? Ich weiß es nicht. Ehrlich zu sein, beunruhigt mich das ein wenig. Aber ja, hm. Läuft. Läuft einfach. Ach, guck mal. Jack ist hier. Unser Haustier. Bitte. Isaac können wir auch mal häufiger hier... So. Also, wenn ihr die Regenbogenblumen braucht, dann versucht sie mal anzupflanzen. Hafenkran. What the Teufel, ey. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich dafür rausreißen muss, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Welcher Tag ist heute? Ist heute schon Freitag? Ja, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Ah, jetzt müssen wir das alles wieder zurückholen. Hafenkran. Ein Baukran. Ist das derselbe? Bestimmt nicht. Da. Hafenkran. Davon brauchen wir zwei Stück. Zement. Oh, das macht mir ein bisschen zu denken. Drei. Vier. Sechs. Von den Aluminiumplatten haben wir noch genügend. Die Stahlhülle. Und den Stahlrahmen. So. Müsst ihr so. Oh, guck mal. So langsam. Vier Tage noch. Wachsen dort auch die Kristalle dran. Am besten macht ihr einfach mal so einen Hof, wo ihr mehrere Sachen anpflanzt. Das habe ich nämlich auch jetzt angefangen. Weil ich mir einfach gedacht habe, okay, für den Fall, dass ich die mal brauche, sollten sie einfach schon angepflanzt sein. Dass ich sie nur noch abpflanzen muss. Das hätten wir mal vorher machen müssen. Hier ist nichts. Und so, wir holen uns jetzt noch die Gunst einer Frau, von der wir nichts mehr wollen. Dankeschön. Danke. Oh, aber da ist Dr. Su. Und den wollen wir noch von uns überzeugen. Bis er uns mag. Denn reden wir nie wieder mit ihm. Haben wir ja schon. So, den Stoff holen wir uns hier auch. Hi. So. Und ihn können wir auch noch. Schenken wir mal Erdbeeren. This is it, man. Und heute wollte ich nochmal Kohlenfasern. Aber, ja. Wollte ich euch nochmal gucken lassen, ob das besser funktioniert, wenn wir die kleinen Dinger nochmal hochgehen. Bestimmt. Müsste ja. Aber ich sehe heute schlimm aus. Ich weiß. Tut mir leid. Ich bin aus dem Bett gefallen. Und so sehe ich halt aus, wenn ich aus dem Bett falle. Dann brauchen wir eh nicht mehr so viele Kohlenfasern. Aber dann. Wir gehen nochmal nach hinten. Da. Betreten wir. Dann holen wir uns da die doppelte Belohnung. Und dann rein mit uns. Hübschen. Dann. Komm! Komm. Mach die Tür auf. Da ist die Tür offen. Wir können hindurchschreiten und uns die Belohnung nehmen. Zwei Kohlenfasern. Ich glaube, das hat mit dem Endbelohnung nichts zu tun, oder? Nur die Belohnung, die wir drin haben. Gucken mal, ob wir dann nur eins bekommen. Schade, dass da nicht steht, was man halt bekommt. Also so, wie viele Monster man insgesamt machen muss. Na, guck, das hat mit der Endbelohnung überhaupt nichts zu tun. Hm, das stand als Tipp im Internet und ja, das bringt halt einen Null. Toll. Na, mal sehen. Aber ich brauche eh nur noch sieben, von daher. Und wenn ich jetzt jedes Mal drei bekomme oder so, dann sind das auch nur noch drei Räume. Wenn ich zumindest die ein bisschen schneller durchlaufe. Dann wird die Kohlenfaser auf jeden Fall heute mal durch. Oh, 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 oh. Ich müsst' mir auf ihn gehen. Schnell! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp, Leute. Hey, da haben wir gar nichts bekommen. Aber wir haben doch geschafft. Verstärkt meine Verteidigung. Als ob wir sowas bräuchten. Oh, ich liebe das, wenn sie zu mir rennen. Einfach ganz wunderbar mitgedacht von den Gegnern. So, mal sehen. Das müssen wir aber geschafft haben. Los, gib mir. Gib mir. Oh, drei Stück. Brauchen wir nur noch vier. Den wünschen wir einen weg. Dann müssen wir noch einen schwachen Moment von ihm führen. Okay. Dann kriegen wir den dieses Mal nicht, aber ist okay. Hauptsache, wir kriegen die Kohlenfasern. Ja, kriegen wir auch nicht. Oh, wie gemein. Ich will aber... Ich streng mich doch extra an. Ist das in der Konsole anders als auf dem PC? Aber je nachdem. Selbst wenn es jetzt anders ist. Ich meine, man kriegt ja hier trotzdem relativ gut schnell die Kohlenfasern zusammen. Schmeißt euch alle an mir ran. Ich mag das. Ich mag das. Schmeißt euch alle an mir ran. Oh, noch einmal Belohnung brauchen wir. Und dann haben wir das auch. So, wir gehen mal nach hinten. Und dann bestätigen wir mal hier, dass wir unser Leben nachfüllen wollen. Bleib liegen. Stell dich tot. Und so. Oh, ja, toll. Toll. Das ist auch noch so anstrengend hier. Weil die Rillen einen immer festnatzen. Los. Hab. Da kommen sowieso danach nochmal welche. Die dann wieder weggenatzt sind. Ja, oh. Was für ein Wunder. Aber okay. Einer kommt zumindest angerannt. Er hilft mir. Er hat Mitleid. Falschinformationen im Netz. Ja. Und dann trage ich die weiter. Das tut mir echt leid. Aber man kann es ja nicht vorher wissen. Man muss es austesten. Und um es auszutesten, muss ich spielen. Und wenn ich spiele, dann nehme ich es auf. Ja. Das heißt, ich bin einer von euch. Geht da auch so planlos. Ja. So. Hopp da rein. Vielleicht. Bah. Energiesteine. Du. Ich will keine Energiesteine. Nein, ich will. Ich will. Ich will. Guck mal einer an. Ich habe ein Level bekommen. Nein, 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 nein. Wieder da drin. Ich habe ihn wieder nicht rechtzeitig raus. Sag ja, das schaffe ich nicht rechtzeitig raus. Ich will nicht hier durchlaufen. Mimimimi. Wir holen uns mal da mehr. Alles hat eine Ente. Ich will nicht nur die Wurz hat zwei. Hier kommen wir den nächsten rechtzeitig raus. So. Mal sehen, ob wir hier was bekommen. Ich brauche ja nicht mehr viel. Los. Es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute. Ich habe alle coolen Fasern, die ich brauche. Das bringt mir nur null, weil ich noch die Kristalle brauche. Naja. Das schaffe ich auch noch. Ich glaube an mich. Weil andere tun das nicht. Deswegen muss ich das machen. Irgendjemand muss es ja machen. Oh Mann, ey. Ich bin zum Reiten zu müde. So. Drei Tage noch. Hm. Wir werden mal sehen. Hat jetzt um 23 Uhr das Ding noch offen? Könnten wir da hingehen und Unsinn treiben? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich versuche es gar nicht erst. Das hat doch immer so Eintritts... ...Uhrzeiten. Mal davon abgesehen, kippe ich dann auch gleich um. Machen wir also nicht. Wir sehen uns morgen. Und dann sammeln wir wieder Kristalle. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020